als kommt das ist ein Wichser etwas soll der Scheiß was hat er gemacht ich mach grad das Gebäude kaputt und der friert das ein das wäre das der Leiter als Schaden bleibt nein so nicht ja ich habe nicht in diesem Ton auch nicht in diesem Ton halbvoll kann ich aber nicht bekehren aber ganz ja ich meine die andere Hälfte ist halt das geht nicht nein das können wir nach macht alter das ist mal das mächtige der Pult ist bereit das kann ich hier schießen hinschießen gar nicht alter ich komme ich komme ich komme überhaupt nicht weit wie soll sie jetzt aufgedeckt das war ich achso mit einer und so weit komme ich nicht mit der Fischkeit weißt woher ein Rinken blieb war Konzentration nein von der Festung was machen meine Einheiten denn doch nicht gesagt doch nicht gesagt ihr sollt vor hast du oft ein paar schon hab ich gut vorangehrennt oder nicht ja ich hab sehr gut vorangehrennt hat du fein gemacht hat du fein gemacht hey ich hab auch es gekillt äh kannst du mal mit deinem Händler irgendwas machen ja im Moment ich musste erst meinen eigenen Held heilen jetzt mach ich was saulustiges he lustig was hast du gemacht schau hin dann weißt du es wohin denn die ganze Stil schau hin dann weißt du es ja danke und Moment oh das ist ja gemein das war nicht schnebeln oh Grummel Grummel da kommst du jetzt der Mensch bin du schon da Professor Dominik das find ich mal laberst du für Scheiße ey noch nicht nein halt dich mal pfff joa ist ja auch so ist ja nicht so schwer ne Mann ich hab schon wieder fast meinen Helden verloren fast gehört ja ich hab nur noch zwei schau mal lieber was in der Mitte los ist ja was denn da los nee also ich komm nicht mehr ich komm nicht vor können wir jetzt nicht mehr zusammen angreifen wär cool ja ja wär cool Held heilen Held heilen Toni könntest du jetzt welche aufhören da vorn die Dinger einzufrieren ich wollte das Ding einfrieren das andere Gebäude da wo er herstellt könntet ihr mir mal einen Held heilen nein ich kann nicht heilen warum weißt ich kann geht halt nicht alles gut hui jetzt hab ich glaube ich wieder vier Kalisten kaputt gemacht ja warum könnt ihr nicht heilen das ist wichtig ja es geht halt nicht warum kannst du nicht heilen weil es auch nicht kann ja also warum nicht der nimmt mich ein der erwarte ich jetzt schon eine Antwort was der nimmt dich ein der nimmt dich ein so ein Schmarrn volle Kanne nimmt der mich ein der nimmt mich ganz schön dran guck mal kurz bist du da oben drin oder guck mal wenn du kann weh du nein ich geb dir weh du mit Katapult mit Katapult so jetzt aber jetzt mach ich den aber fertig da oben mach dich bitte ich kann auch... ich schau dass ich mir helfen zu hilf zu hilf ich bin schwer verwundet geht doch schon wieder mit seinem scheiß Katapult auf meinen Katapult ein Katapult Duell ha 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 ja ich helf dir ein bisschen ich leff hier mal wieder deine Bogen schützen ich lebe hier mal wieder deine Bogen schützen ich lebe hier fast nix fast nix NICE einer ist weg echt? ja und der nächste ist gleich nebenan so jetzt hat der scheiß Zwerg auch noch mimik es war der Orc der es blöd komm zukomma da Fügel ich weiß ob es um Scheiß Halle recht gestoßen was so nahe der Diener es waren die auch bei sie machen kann UNK dass es nicht war Paltverschanzte Einheiten Gehen wir mal vordern wir mit den ganzen Einheiten. Jetzt mach! Machen wir den jetzt platt oder nicht? Ums! Na endlich. Ja oder ja? Ich bin ja schon dabei. Okay. Seh ich nicht mehr. Ja. Ich hab auch grad den anderen platt gemacht. Weißt du was geil ist? Ich kann hier hinten jetzt Sachen bauen. Das kennst du. Oh wie können wir einen halten? Aber bitte drauf aufpassen, dass ich nicht eingenommen werde, gell? Das sieht's nicht gut aus. Urg ist gefallen. Seht ihr das? Mach deinen, mach deinen Zwergenschlag. Ich hab dir deine, dein, dein Turm eingefroren, dass er geschützt ist. Ist das nicht cool? Naja, währenddessen kann er auch nichts machen. Doch, der schießt. Hilf? Ne. Scheiße. Der nimmt mich vor ein. Passt doch auf, da sind schon... Achso. Das ist gleich alles weg. Achso nimmt er dich nicht ein. Nein. Das packt der nicht. Gut stimmt. So ist meine Festung, so heftig. Was ist denn mit deiner Festung? Das ist zu heftig. Warum eigentlich Hobbits nicht standardmäßig auf Stein schmeißen sind? Das finde ich ein bisschen blöd. Nicht oder schon? Nicht. Echt sind sie nicht? Nein. Nein. Spinnarkampf. Ja. Muss man. Warum funktionieren die ganzen Fähigkeiten eigentlich nicht? Was soll denn der Scheiß? Ich frage mich hier gerade was anderes. Ich frage mich hier gerade was anderes. Ihr helft mir gar nicht. Ja, weil ich meine Einheiten davon verloren habe. Geht halt nicht, wa? Schweine. Ah, Domi, wat? Bleiben, wir sammeln uns erstmal. Ich muss hier. Ich hab keine Rohstoffe mehr. Hihi. Es bringt nichts. Jetzt schickst du mir was, oder? Das war klar. Meister. Jetzt will ich aber auch was ziehen, hier. Reicht das? Wie kann es sein, dass du so viel Rohstoffe hast? Ich hab 20.000. Ich hab... Wieso hab ich immer so wenig? Keine Ahnung, weil du so viel herstellst. Ja. Das kann ja nicht sein. Weil du so viel verlierst, meinst du? Das auch. Meine Rohstoffe sind in Gefahr. Mach was. Dominik. Dominik! Du bist auf jeden Fall unruhlich. Hey, mein Gebäude, da hinten wird Diener gerissen. Wo? Ei, 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 ei. Der Mutter. Meine Gebäude werden angegriffen. Ja, schön. Ich hör's. Ja, dann mach was. Voll drin. Du machst ja gar nichts. Ja, was soll ich auch machen? Keine Ahnung. Ja, ist doch nicht schlimm. Der schießt doch. Der verteidigt sich doch. Anstatt hier mal die Festung nix machen. Kinder ist von heute echt. Furchtbar. Da komm ich wieder fast nicht hin. Scheiße. Wohin? Ich hab die Festung gleich. Ach, seine Katapulte. Warte. Die sind doof. Ich hab die Festung. Ich hab was besseres. Nein. Und als nächstes hau ich dir die Ersitzung. Oh, ich mach den Wolf da kaputt. Der stört. Was machst du? Der ist wieder tot. Oh, das war deiner. Das geht ja gar nicht. Ich weiß aber, wenn. Boah, das wäre so böse, wenn die Friendly Fire an hätten. Einfach so kaputt. Ja, der Ding hat ja Friendly Fire, gell? Ja. Der Wolf. Ja. Das ist voll kacke. Hexen. Das ist super, ja. Das ist echt super. Warte, ich spring mal da rein. Deshalb halte ich fern von meinem Wolf. Ah! Alter, wer hat mir die Gebäude da hinten kaputt gemacht? Ich nicht. Wer sonst? Ne, Seppi vielleicht. Ne, was? Ich mach sowas nicht. Laber nicht. Alter, das ist nicht lustig. Ich hab nix gemacht. Genau. Wo seid ihr denn? Ich mach das alleine. Schaut doch zu, mein Gott. Geh doch mal vor. Was lachst du denn? Was lachst du denn? Guck doch mein Trollheld an. Er weiß sowas nicht immer. Ich hab doch keinen Schaden mehr. Mein... Ich schieße sie ab, wenn sie in die Luft fliegen. Unfair. Ja, wir sind ja nichts machen können. Boom. So. Ist die Schilder am Verrecken? Das gibt's ja wohl nicht. Was macht denn der die ganze Zeit? Ich hörte, der trifft meinen Helden noch. Ja, war klar. Macht's halt. Eopos. 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 Nein, 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 nein. Gefl어 mit deinem Streitwagen. Boh! Mehr. Digga, der Zwerg. So, ich offenbar nicht. Ich... Das, das ist mir ja egal. Ist nicht so schlimm. Das denk ich. Was? Hat er grad gekrachtet oder so? Ja, siehste! Was seh ich? Hä? Wer hat da irgendjemand seinen Sturm gemacht? Was? Ich hab gar nix gemacht. Ich bin völlig unschuldig. Mhm. Ich hab nix gemacht. Weil nämlich mein Brand, da ich gestorben ist. Uns hat er schon wieder da hinten eingenommen. Wie kann denn der das machen? Das geht doch gar nicht. Keiner Ahnung. Und er... Und er macht schon wieder was. Die Schmiede der Erektion. Wie heißt's eigentlich? Die Schmiede der Erektion. Oh, die Schmiede der Erektion. Ja, toll. Witzig, witzig. Oh oh, helf meinem Held! Wie denn? So! Ja! So! Wart, ich kann oben noch ne Bombe Sperrfeuer reinhauen. Geh weg! Ja komm, Alter. Top! Ich kenn das! Ich hab den Drachenschlag nur auf die Festung gemacht. Ja. Nur auf die Festung. Ausrufe. Zeug. Hat er gedacht. Möchte ja nicht sagen, dass der in der Mitte abgeht, aber doch, eigentlich schon. Oh, der, der, oh, da unten ist scheiße. Alter, der regt richtig. Ne, ne, schau dir das an, wie der da ankommt. Domi, schau mal bitte in der Mitte, der macht das vielleicht gleich, gell? Was macht der ja gleich? Na, schau. Von mir. Oh, in der Mitte. Ja, was ist da? Ja, was ist da wohl? Meine Hütte ist gleich weg. Oh, deine Hütte. Ist doch scheißegal. Und meinst du vielleicht deine... Eher deine... Das ist doch kein Schwein. Fährst du? Nein. Der geht's gut. Die kann nicht kaputt. Es ist nur ein bisschen theatralisch. Also wenn die kaputt geht, dann muss ich auch nicht mehr da. Was hat denn der noch? Ah, schon wieder ein Enttingen da oben. Wahnsinn. Oh, ich mach mal eine Hobbitze. Hobbitze! Blastige Hobbitze! Was denn das sagt der, ey? Oh, ne Schmiede bauen. Hau ma's zu. So, jetzt kann ich auch mithelfen. Ja, ich hab... Jetzt baut der da schon wieder was, der Depp, ey. Achtung, deine Bürgenschütze sind vielleicht da oben. Ja, ja. Ist schon recht. Ich hab ja genug. Also, na. Was heißt hier na? Das heißt nein. Ah, echt? Ja? Du hast gefragt. Jetzt baut er sich da wieder auf, während ich den wegmache. Hallo. Das kann's ja wohl nicht sein. Irgendwas muss er ja machen. Was ist denn? Ja, vielleicht sich verteidigen, anstatt sich wieder aufzum- Also, einfach aufgeben oder so, ja? Das wär's meinst du. Einfach raus. Hör raus. Okay, ich hab verloren. Tschüss. Und nö. Machen sie ja nicht. Nö, nö, nö. Oh, hier Eggart. Mechart mit Eggart. Hier Eggart. Bei mir Eggart. Eggart mit Mechart. Wo rennen die denn da hinten, ihr Hobbits? Was war hier denn? Die Hobbits? Ja. Ich beschwör die und die kämpfen da oben bis und dann rennen sie bis runter auf die Karte. Bis ans Ende der Welt. Mindestens. Ah, Wixxer! Beschwör der da die... Ja, toll. Das bin doch ich. Genau. Ja, was meint der denn dann? Ja, die Grabunholde. Beschwörte die und killt damit noch meine... Das sind doch meine Grabunholde. Herr Affenus. Bist du da ganz sicher? Ja. Tja. Ich hab' ich gesagt. Weißt du, das Zwergenschlag ist ja ganz lustig eigentlich von klein. Wenn der nur nicht immer so verpackt wäre. Zwergenhammer. Ja, nee, Zwergenschlag. Ja, Zwergenschlag. Der 10er, oder was? Das kacke, weil er verpackt ist. Wieso ist der verpackt? Ja, der eigentlich verkackt, aber du sagst immer, er sollte machen, ja? Sobald die einer tot ist, macht das niemand. Das passiert so oft, und du stehst wieder mitten in Einheiten drin und、、 doin und macht nix. Dann, wenn er's machen soll, weil du sagst, er soll die einen angreifen und ... die Saison der Leitungsmaß mit zwei errichtet so er soll richtig anklicken ja trotzdem das heißt dass sich ausguckt und der Balliste ich mach mal untergrabben ist es zu tun geht und genau die Mönchendung so ein bisschen ausbrühen mit der Flieger fort das ist nicht ich bin ich bin zu weh erhält eine ganze Einheiten in der Mitte sind weg die laufen nach oben. War's jetzt, Seppi? Dein ganz einer ist in der Mitte weg, Dommi. Hä? Was jetzt? Das ist bescheid. Jetzt weiß es. Die sind nicht weg, die sind nicht weg. Boah, der Wichser, ey. Der scheiß Schlangenzunge verkriecht sich wieder. Ja, natürlich, der ist nicht stark. Alter, du blöder Wichser. Aber nervt du dich trotzdem. Macht ihr die jetzt mal weg. Scheißdreck machst du. Mann, regn die mich auf. Das wüsst du mir nicht kaputt machen, du blöder Wichser. Scheiß dich zu. So sieht's aus. Hehehe, getötet. Oh, ich hab wieder Erdbeben frei. Geputtet, geputtet, geputtet. Wieder bleiben sie mittendrin stehen. Der Freilie! Weil immer genau das Gebäude kaputt geht, was sie angeklickt haben. Das ist komisch. Zweifelhaft. Kam jetzt aber noch spät, der Stein. Das ist so ein Nachzügler. Ja, der hat sich hackt. Booms, direkt vor die Füße. So, warm auf. Ja, aber echt. Wo ist da hinten was drin bei dir? Jo. Das ist jetzt egal. Das ist voll dreist, gell? Wir machen den Ferti und der greift uns da oben an. Das ist das letzte, was ich mach. Oh, da ist auch der Held von dem. Scheiße. Wenn ich schon so verloren hätte, dass ich's weiß, dann greif ich auch noch ein bisschen. Ich kann nicht. Ah, jetzt hätte ich's grad reparieren können. So ein Scheißdreck. Hallo, Seppi. Was? Greif mal mit deinen Zwergen an. Ich hab da oben nix mehr. Bin ja dabei. Boah. Fehl, fehl, fehl da nicht mehr, gell? Ne, der ist ja weg quasi. Wie der immer seine Fähigkeiten nicht macht. Der kommt irgendwann noch unten an, echt. Geht's noch? Boah, meine Bogenschützen sind so behämmert, echt. Die haben, also fünf Gruppen von meinen Bogenschützen mit Flammenfallen, haben gegen eine Gruppe Waagreiter verloren. Weißt du warum? Das geht halt auch nicht. Weil sie dumm da standen. Nase gebohrt haben. Das geht, das braucht keine Gruppe. Ja, damit kann's halt schlecht gehen. Du weißt doch nicht, wenn du mal schaust, dass du ein bisschen daraus verteidigst. Ach, da ist ja noch einer. Nö, braucht's doch nicht. Da ist ja noch einer. Was? Hätt ich jetzt fast übersehen. Ja, ich hab ja gesagt, jetzt hätt ich's fast übersehen. Ich muss diese Miene zauern. Alter, ist die stark, die Festung. Ich hab' voll aufgerüstet. Oh. Ach so. Ach, grad hat er sich noch geheilt. Wolfi. Ja, weil er Flammenfeuer hat, deshalb sieht er so viel ab. Wolf! Ja, ja, ist er recht. Kannst du mal heilen? Nein. Warum nicht? Was denn? Ich weiß grad nicht. Was denn? Ich weiß grad nicht. Siehste? Ach man, direkt bevor er Pionier macht. Wichser. Gestorben oder was? Ja. Ich gön mir mal einen Spaß hier. Komm, ich weiß noch, wie lustig ist. Äh, Frodo gegen Saugermann. Wer gewinnt. Ich hab's auch. So. Jetzt, du Wichser! Jetzt kann ich's die Festung nicht angreifen. Warum? Hat er gedacht, gell? Ja, Rat. Bring es vorne. Der mit seinem Scheiß einfrieren. Wahnsinn. Sau geil. Geh's mir auf den Keks, echt. Mein, 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 mein. Das ist die geilste Ärgerfähigkeit, die's gibt. Zum Trollen, ja. Das ist so ne Scheißfähigkeit. Das soll. Das klingt auch nichts. Das ist auch scheiß. Gar nichts. Das sollten wir wohl mal egal sein. Sie wirkt ohne. Mein Zweck. Der Zweck ist, dich in den Wahnsinn zu treiben. Also erfüllst du ihren Zweck. Hm. Okay, die Menschen der Toten ertrifft waren mit Stuttgart. Mein, Depp. Das ist echt toll, das. Hätte das sein können. Seid solche Assos echt. Was? Hallo Kamerad hier. Soll ich raus für Schweine hoch rein. Haut er dann her. Ich werde wahnsinnig. Das schadet dir ja wenigstens nicht. Hm. So wie eure Scheiße da. Was ne Arme war. Ach, da unten ist der Flasche. Wahnsinn. Voll hart. Voll hart. Voll hart. Hart. Hart war ich. Auf wen würde ich da wieder viel schneiden. Arbeit haben. Wetten. Na klar. Ist auch viel Scheiße passiert währenddessen. Mhm. Mach ich den ganzen Scheißdreck nieder. Na endlich. Endlich. Oh Gott. Sieh. Ja. Fein. So. Oh, Feindes Albtraum. Wie lange? In eineinhalb Stunden? Weiß nicht. Eine Stunde. Für 53 Kills, oder? Also 60 Stunden Minuten ungefähr. 60 Stunden. Ja, freilich. Hat diesmal keiner verkackt. Ui. Nö. Ui. 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 Uiuiui. Habe einiges gemacht. 13 Tausend. Ähm. 4. 8000. Fast 12. Ja. 11600. 11700. Nicht schlecht. Mhm. 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 Sogar alle relativ gleich viele. Ich glaube mit diesen... In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Partieren. Ja. Vielen Dank.